Tag 42 der 366 Dinge, die man in Hamburg gemacht haben muss, führt mich heute ins Herz von Hamburg in Lohenbleichen 20, hier ins Petit Café. Und hier gibt es neben richtig leckerem, selbstgebackenen Kuchen auch noch frisch gerösteten Kaffee. Und das gucke ich mir jetzt mal genauer an. So sieht Kaffee in seiner ursprünglichen Form aus. Und wenn der fertig geröstet ist, dann sieht der so aus. Und das duftet wunderbar frisch und lecker. Und ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt weiter. Und den frisch gerösteten Kaffee, den werde ich jetzt malen. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Also mir schmeckt mein frisch gerösteter und frisch gemahlener Kaffee richtig gut. Und wenn Sie hier vorbeikommen im Petit Café, dann werde ich Ihnen den Kaffee zwar nicht servieren, aber der wird zusammen mit einem Stück Kuchen trotzdem richtig, richtig lecker schmecken. Vielen Dank. Vielen Dank.